Hallo und willkommen zu noch einem weiteren Video von Jurassic World Evolution 2. Das wird ein ganz kurzes Video, denn ich habe bei meinem Video zu dem kostenlosen Update eine ganz wichtige Funktion vergessen, euch zu zeigen, die ich euch aber nicht vorenthalten wollte, weil ich die richtig cool finde. Denn man kann mittlerweile die Skins von den Dinosauriern noch viel cooler anpassen in dem Genom. Das war ja vorher irgendwie ein bisschen doof. Und mittlerweile kann man hier wirklich die Farben auswählen, kriegt die dann ja auch angezeigt. Und die sind dann auch wirklich so, habe ich zumindest die Erfahrung gemacht. Müsste man halt jetzt mal einen Dinosauriern testen. Jetzt die Hautfarbe, nehmen wir mal weiß. Und dazu vielleicht mal schwarz, noch mal einen weiß-schwarzen. Mal gucken, ob der auch rauskommt. Also Hautfarbe, Musterfarbe können wir jetzt alles viel besser auswählen. Das war vorher echt ein bisschen doof. Ich mache den jetzt mal ganz schnell fertig. Ich habe übrigens wieder Remote an, deswegen geht das instant. Machen wir mal nur ein. So, und dann gucken wir mal, ob auch wirklich ein schwarz-weißer rauskommt. Hat geklappt. Also das funktioniert jetzt viel, viel besser mit den Skins. Das ist echt mega. Und ich finde auch diese Auswahlmöglichkeit richtig cool, so wie die jetzt ist. Und dann könnt ihr euch auch ausrechnen, wie viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten man dann hat. Was Skins angeht. Das ist echt mega viel. Aber Leute, es gibt noch eine bessere Funktion. Die habe ich nämlich sehr vermisst. Da gehen wir jetzt auch nochmal rein. Hier würde ich sagen, können wir euch auch bei dem Huerto machen. Einfach mal so als kleines Beispiel. Denn man kann jetzt hier auch auswählen, zufällig pro Ei. Man kann ja immer mehrere Eier ausbrüten gleichzeitig. Und das heißt, wenn man da mehrere Dinosaurier freilässt, sehen die alle unterschiedlich aus. Und da kann man dann halt auch machen, wie man möchte. Man könnte jetzt auch nur eine Farbe zufällig machen. Man kann sogar das Muster komplett weglassen. Aber wir machen jetzt einfach mal beides zufällig, würde ich sagen. Und dann brüten wir auch hier mal ganz schnell. Die Mitarbeiter sind schon völlig erschöpft gleich. Von der ganzen Arbeit. Das macht nichts. Da müssen sie jetzt durch. Und jetzt könnt ihr schon sehen. Alles verschiedene Farben. Alles verschiedene Muster. Obwohl wir sechs Stück gleichzeitig freilassen. Vorher waren dann immer alle sechs in der gleichen Farbe. Da hätte man, wenn man unterschiedliche Farben haben wollte, immer alles einzeln ausbrüten müssen. Und so kann man das einfach zufällig bestimmen lassen. Und dann hat man eine richtig coole, bunte Herde. Ohne viel leisten zu müssen. Und immer so ein bisschen Überraschungseffekt dabei. Die sehen echt alle richtig cool und anders aus. Feier ich mega. Sieht halt jeder komplett anders aus. Also komplett nicht, aber ich finde es schon mega. Die Unterschiede sind schon nicht schlecht. Richtig cool. Guckt euch mal an, wie viele Auswahlmöglichkeiten man beim Krono auch hat. Den finde ich ja sowieso mega cool. Da sind halt die Varianten auch richtig krass viele. Boah, das ist ja mega gut. Also richtig viele verschiedene Hautfarben und dann noch verschiedene Musterfarben dazu. Ich habe jetzt aber hier auch schon was vorbereitet. Nämlich einmal zwei zufällige Kronos, die wir jetzt freilassen werden. Die Skins von dem Krono habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Da haben wir einmal so einen schönen beige-gelben bekommen. Mit weißem Bauch. Doch schick aus. Und ein grün. Ich liebe diese neue Funktion mit den Skins. Es ist viel, viel besser als vorher. Und ich finde auch, dass die Skins richtig cool aussehen. Gerade auch jetzt von den neuen DLC-Dinosauriern. Und Wassersauriern und Flugsauriern. Muss man ja mittlerweile immer sagen. Sonst meckert ihr in den Kommentaren. Ja, richtig cool, Leute. Wollte ich euch nicht vorenthalten. War jetzt auch nur ein kurzes Video. Ich denke, ihr habt gesehen, wie diese Funktion funktioniert. Ich feiere das mega. Und ich werde euch jetzt auch heute nicht weiter zuspannen mit Videos. Denn ich muss jetzt zur Arbeit. Und ich denke, das reicht auch für heute. Übrigens schaut auch gerne noch auf meinem Zweitkanal vorbei. Würde ich mich sehr drüber freuen. Der hat heute die 10.000 Abonnenten geklagt. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut dort rein. Euer Dandy.